Oh, vielen Dank, schrecklich gern. Ich will nicht mit ihm tanzen. Ich will mit niemandem tanzen. Und selbst wenn ich es wollte, dann nicht mit dem. Der wäre ziemlich weit unten auf der Liste der letzten zehn. Ich habe gesehen, wie der tanzt. Es sieht aus wie etwas, das man in der Walpurgisnacht treibt. Wenn man sich vorstellt, dass ich vor nicht einmal einer Viertelstunde hier saß und zutiefst das arme Mädchen bedauerte, das mit ihm tanzte. Und jetzt soll ich das arme Mädchen sein. Tja, die Welt ist doch klein. Und wie toll die Welt ist. Eine wahre Wucht. Ihre Ereignisse sind doch so faszinierend unvorhersagbar. Da war ich, kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten, ohne irgendeiner Menschenseele auch nur das Geringste zu Leide zu tun. Und dann tritt der da in mein Leben. Ganz Lächeln und Großstadtmanieren, um sich vor mir die Gunst einer unvergesslichen Masurka gewähren zu lassen. Und dabei kennt er kaum einen Namen. Geschweige denn, wofür er steht. Er steht für Verzweiflung, Bestürzung, Sinnlosigkeit, Erniedrigung und vorsätzlichen Mord. Aber davon hat der da keinen blassen Schimmer. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie sein Name ist. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich würde auf Cretin tippen, so wie der dreinschaut. Wie geht es Ihnen, Herr Cretin? Und was macht Ihr reizender kleiner Bruder, der mit den beiden Köpfen? Ach, warum muss der ausgerechnet zu mir kommen mit seinem niedrigen Ansinnen? Warum kann er mich nicht in Frieden lassen? Ich verlange doch so wenig, nur alleingelassen zu werden in meiner stillen Tischecke, den ganzen Abend über meinem stummen Gram hingegeben. Dann muss der da kommen mit seinen Verbeugungen und Kratzfüßen und seinen Darf ich um diesen bitten? Ich musste hingehen und ihm sagen, dass ich schrecklich gern mit ihm tanze. Ich kann nicht begreifen, weshalb ich nicht auf der Stelle tot umgefallen bin. Jawohl, tot umgefallen wäre die reinste Landpartie im Vergleich dazu, mit diesem Knaben einen Tanz durchzustehen. Aber was konnte ich denn machen? Alle am Tisch waren aufgestanden, um zu tanzen, außer ihm und mir. Da saß ich dann in der Falle. In der Falle gefangen, wie eine Falle in einer Falle. Was kann man denn da sagen, wenn einer einen zum Tanzen auffordert? Ich werde ganz bestimmt nicht mit Ihnen tanzen. Und wenn der Teufel auf Stelzen kommt? Tja, vielen Dank. Das würde ich furchtbar gern, aber ich liege gerade in den Wehen. Oh ja, lassen Sie uns unbedingt miteinander tanzen. Es ist so nett, einen Mann kennenzulernen, der keinen Bammel vor einer Ansteckung mit meiner Beriberi hat. Nein, mir bleibt doch gar nichts anderes übrig, als schrecklich gern zu sagen. Na schön, bringen wir es hinter uns. Auf geht's. Schneller Bomber, raus aufs Spielfeld. Du hast den Anstoß gewonnen, du kannst führen. Tja, ich glaube, es ist eigentlich eher ein Walzer, oder nicht? Wir könnten ja mal einen Moment der Musik zuhören. Sollen wir? Oh ja, es ist ein Walzer. Ob mir das etwas ausmacht? Aber nein, nein, ich bin ganz begeistert. Ich würde liebend gern mit Ihnen Walzer tanzen. Ich würde liebend gern mit Ihnen Walzer tanzen. Ich würde liebend gern mit Ihnen Walzer tanzen. Ich würde mir liebend gern die Mandeln rausnehmen lassen. Ich wäre liebend gern mitten in der Nacht in einem brennenden Schiff auf hoher See. Jetzt ist es sowieso zu spät. Wir nehmen einmählich Fahrt auf. Oh je, oh je, oh je. Das ist ja noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist wohl auch das einzige stets verlässliche Naturgesetz. Alles ist immer schlimmer, als man es sich vorgestellt hat. Oh, wenn ich einen Begriff davon gehabt hätte, wie dieser Tanz wirklich sein würde, hätte ich darauf bestanden, diese Runde auszusetzen. Naja, letzten Endes wird es wohl aufs Gleiche hinauslaufen. Wir werden uns gleich auf den Boden setzen, wenn er so weitermacht. Oh, ich bin so froh, dass ich seine Aufmerksamkeit darauf gelenkt habe, dass Sie jetzt einen Walzer spielen. Weiß der Himmel, was passiert wäre, wenn er gedacht hätte, es sei was Schnelles. Wir wären glatt durch die Seitenwände des Gebäudes geschossen. Warum will er denn dauernd irgendwo hin, wo er nicht ist? Warum können wir nicht mal lange genug an einem Ort bleiben, um uns zu akklimatisieren? Dieses ständige Hetzen, 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 was der Fluch des amerikanischen Lebens ist. Das ist der Grund, weshalb wir alle so... Autsch! Um Gottes Willen, nicht treten, du Idiot. Das Spiel hat doch erst angefangen. Oh, mein Schienbein. Mein armes, armes Schienbein, das ich schon als kleines Mädchen hatte. Oh, nein, 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 du liebe Güte, nein. Es hat überhaupt kein bisschen wehgetan, nein. Und außerdem war es meine Schuld. Das war es wirklich, ehrlich. Ach, Sie sagen das doch nur aus purer Höflichkeit. Es war wirklich ganz allein meine Schuld. Ich frag mich, was ich machen soll. Wenn auf der Stelle umbringen mit meinen bloßen Händen oder abwarten, bis er von selbst ermattet. Vielleicht ist es das Beste, keine Szene zu machen. Ich glaube, ich halte mich schlicht und einfach zurück und sehe zu, bis ihm das Tempo den Rest gibt. Das kann er ja nicht ewig durchhalten. Er ist ja auch nur aus Fleisch und Blut. Sterben muss er und sterben wird er für das, was er mir angetan hat. Ich will ja nicht überempfindlich sein, aber das macht mir niemand weiß, dass dieser Tritt nicht vorbedacht war. Freud sagt es, es gibt keine Zufälle. Ich habe kein zurückgezogenes Leben geführt. Ich habe schon Tanzpartner erlebt, die mir die Schuhe zertrampelt und das Kleid zerfetzt haben. Aber wenn es ans Treten geht, dann bin ich die geschändete Weiblichkeit in Personen. Wenn du mir gegen das Schienbein trittst, dann lächle ich. Vielleicht hat er es gar nicht böswillig getan. Vielleicht ist das nur seine Art, seine gehobene Stimmung zu zeigen. Vermutlich soll ich froh sein, dass sich wenigstens einer von uns so glänzend amüsiert. Vermutlich sollte ich mich glücklich preisen, wenn er mich lebend zurückbringt. Vielleicht ist es pingelig, von einem praktischen Unbekannten zu verlangen, dass er einem die Schienbeine so lässt, wie er sie vorgefunden hat. Schließlich tut der arme Knabe ja nur sein Bestes. Wahrscheinlich ist er hinter dem Mond aufgewachsen und hat nie keine Bildung nicht gehabt. Ich wette, wir mussten ihn auf den Rücken werfen, um ihm die Schuhe auszuziehen. Ja, toll, nicht wahr? Einfach toll. Das ist ein toller Walzer, nicht wahr? Oh, ich finde ihn auch toll. Na, ich werde von diesem vielseitigen Stürmertalent ja geradezu angezogen. Der ist mein Held. Ja, das Herz eines Löwen und die Sehnen eines Büffels. Seht ihn euch an. Nie der geringste Gedanke an die Folgen. Nie die geringste Angst um sein Gesicht. Wirft sich in jedes Getümmel mit glänzenden Augen, mit glühenden Wangen. Und soll etwa geschrieben stehen, dass ich zauderte? Nein und tausendmal nein. Was bedeuten mir schon die nächsten Jahre in einem Gipsverband? Komm schon, komm schon, Muskelprotz, mittendurch. Wer will schon ewig leben? Oh je, oh je, oh je, oh, er ist in Ordnung. Dem Himmel sei Dank. Eine Zeit lang dachte ich, sie müssten ihn vom Spielfeld tragen. Ach, ich könnte es nicht verwinden, wenn ihm was passieren würde. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn mehr als jeden anderen auf der Welt. Seht euch den Elan an, den er in einem öden, banalen Walzer legt. Wie verweichlich die anderen Kämpfer neben ihm wirken. Er ist Jugend und Energie und Kühnheit. Er ist Stärke und Frohsinn und... Autsch! Oh, von meinem Spann runter, du ungeschlachter Trottel. Wofür hältst du mich eigentlich? Eine Laufplanke? Autsch! Nein, nein, natürlich nicht. Das hat nicht wehgetan. Aber kein bisschen, ehrlich. Und es war auch allein meine Schuld. Wissen Sie, dieser kleine Schritt von Ihnen, der ist zwar absolut toll, aber am Anfang ist er ein kleines bisschen tückisch nachzumachen. Oh, den haben Sie sich selbst ausgedacht. Wirklich? Also, Sie sind ja ganz erstaunlich. Oh, ich glaube, ich habe es. Ja, ja, ich finde ihn toll. Ich habe ihn dabei zugesehen, als Sie vorhin getanzt haben. Er ist ungeheuer wirkungsvoll, wenn man ihm zuschaut, ihrem kleinen Schritt. Er ist ungeheuer wirkungsvoll, wenn man ihm zuschaut. Ich wette, ich bin ungeheuer wirkungsvoll, wenn man mir zuschaut. Die Haare hängen mir ins Gesicht. Mein Rock wickelt sich um mich rum. Ich kann den kalten Schweiß auf meiner Stirn fühlen. Ich muss aussehen wie was aus dem Untergang des Hauses Ascher. So was setzt einer Frau meines Alters entsetzlich zu. Und hat sich diesen kleinen Schritt selbst ausgedacht. Der mit seiner degenerierten Verschlagenheit. Und am Anfang war er ein klein bisschen tückisch. Aber jetzt, glaube ich, habe ich es. Zweimal stolpern, schlittern und ein 20-Meter-Sprint. Genau, ich habe es. Ich habe auch eben noch ein paar andere Dinge. Darunter ein zersplittertes Schienbein und ein verbittertes Herz. Ich hasse diese Kreatur, an die ich gefesselt bin. Ich hasste ihn schon in dem Moment, als ich seine lüsterne brutale Visage sah. Und nun bin ich die ganzen 35 Jahre, die dieser Walzer schon dauert, in seiner verruchten Umarmung gefangen. Hört dieses Scheißorchester denn nie auf zu spielen? Oder muss diese obszöne Travestie eines Tanzes bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weitergehen? Oh, sie spielen noch eine Zugabe. Oh, fein. Oh, das ist toll. Müde? Nein, 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 ich bin überhaupt nicht müde. Ich würde am liebsten endlos so weitermachen. Ich bin überhaupt nicht müde. Nee, nee, ich bin nur tot. Das ist alles. Tot. Und wofür? Und die Musik wird nie zu spielen aufhören. Und wir werden so weitermachen. Affenzahn, Charlie und ich bis in alle Ewigkeit. Vermutlich wird es mir nach den ersten 100.000 Jahren nichts mehr ausmachen. Vermutlich wird da nichts mehr zählen. Weder Hitze, noch Schmerz, noch gebrochenes Herz, noch gnadenlose, quälende Müdigkeit. Na ja, mir kann es nicht früh genug so weit sein. Ich frage mich, warum ich ihm nicht gesagt habe, dass ich müde bin. Ich frage mich, warum ich nicht vorgeschlagen habe, an den Tisch zurückzugehen. Ich hätte ja anregen können, dass wir einfach der Musik zuhören. Ja, und wenn er eingewilligt hätte, dann wäre es das erste Quäntchen Beachtung gewesen, dass er ihr den ganzen Abend geschenkt hat. George Nathan hat gesagt, die herrlichen Rhythmen des Walzers sollten schweigend angehört werden und nicht von sonderbaren Verrenkungen des menschlichen Körpers begleitet sein. Ja, ich glaube, das hat er gesagt. Ich glaube, es war George Nathan. Aber ganz egal, was er gesagt hat und wer er war und was er heute treibt. Er ist besser dran als ich, das steht fest. Jeder, der nicht mit diesem wild gewordenen Trampeltier tanzt, das ich da habe, ist fein raus. Aber wenn wir wieder am Tisch wären, dann müsste ich wahrscheinlich mit ihm reden. Seht ihn euch an. Was könnte man schon zu so einem Typ sagen? Sind Sie dieses Jahr in den Zirkus gegangen? Welches Eis essen Sie am liebsten? Wie buchstabieren Sie Hund? Ich denke, ich bin hier genauso gut dran. So gut dran jedenfalls wie in einer auf Hochtouren laufenden Betonmischmaschine. Ich bin jetzt jenseits von guten und bösen Gefühlen. Wenn er mir auf den Fuß tritt, merke ich es nur noch am Geräusch der splitternden Knochen. Und alle Ereignisse meines Lebens ziehen vor meinen Augen vorbei. Da war die Zeit, als ich in der Karibik in einen Hurricane geriet. Da war der Tag, als ich mir bei dem Taxi-Zusammenstoß den Kopf zerschmetterte. Da war der Abend, als das betrunkene Frauenzimmer ihrer einzigen wahren Liebe einen bronzenen Aschenbecher nachwarf und mich erwischte. Da war der Sommer, in dem das Segelboot dauernd kenterte. Ach, was für ein unbeschwertes, friedvolles Dasein mir doch beschieden war, ehe ich mich mit diesem Sausewinter einließ. Ich wusste nicht, was Sorgen sind, bevor ich zu diesem Danse makabre eingezogen wurde. Ich glaube, mein Verstand beginnt sich zu verwirren. Es scheint mir fast so, als ob das Orchester aufgehört hätte. Das kann natürlich nicht sein. Das könnte nie, niemals der Fall sein. Und doch ist in meinen Ohren so eine Stille wie von Engelszungen. Oh, oh, Sie haben aufgehört. Oh, wie gemein von Ihnen. Sie haben für heute Schluss gemacht. Oh, verflixt. Oh, glauben Sie, dass Sie das tun würden? Glauben Sie das wirklich, wenn Sie Ihnen 20 Dollar geben würden? Oh, das wäre toll. Und hören Sie, sagen Sie ihm doch bitte, dass Sie das gleiche Stück spielen sollen, ja? Ich würde einfach schrecklich gerne weiter Walzer tanzen. Und hören Sie, sagen Sie, dass Sie das gleiche Stück spielen sollen. Und hören Sie, sagen Sie, dass Sie das gleiche Stück spielen sollen.